ja leute was geht und willkommen zu diesem neuen video hier bei mir chaos am 13 in diesem video gibt es ein box opening im flugzeug leute ich kann es nicht so laut reden aber wir sind hier schon wir sind jetzt schon im broadstars drinnen und wir landen gerade auf mallorca ein bisschen bewirkt heute aber ja schon september aber 35 grad warm also ist ja auch nicht so schlimm aber wir landen jetzt gerade und ich würde sagen wir öffnen jetzt wir holen erstmal die gratis pins ab für die für das neue update leute let's go sechs verbleibende okay ist leider nichts okay egal wir haben andere accounts noch leute wir wechseln jetzt auf alle accounts ich habe und öffnen die free mega box das heißt wir von insgesamt 20 free mega boxen wenn ich mehr wenn ihr euch wundert was das grüne da oben ist da werden die brawler angezeigt die ich gezogen habe ich hoffe dass wir ein guter brawler sein aber ich bin mal gespannt leute let's go wechseln auf den anderen account und mal schauen welchen brawler wir hier drinnen ziehen werden ich hoffe es wird ein wirklich guter brawler sein wenn nicht das ist ein bisschen dumm okay fünf verbleibende schade okay wir landen fast wir müssen bevor wir landen legendären brawler ziehen aber wahrscheinlich nicht irgendeinen guten brawler bevor wir landen ziehen okay let's go let's go power punkte und mega box sechs verbleibende das wird was das wird was und es ist und es ist okay was wird es sein leute im flugzeug ach man als ob ich gadget noch ziehen kann peinlich leute wer braucht es okay weiter geht es mit dem nächsten account okay mal schauen was hier drin sein wird okay 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 mega box fünf schade fünf verbleibende sind nicht so gut nicht so gut wirklich okay wir landen fast aber ob das wird noch ein bisschen dauern wir sind jetzt schon bei mal locker hier sehe ich ja schon alles okay mega box fünf mann 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 fünf fünf verbleibende hassen wir alle leute aber sechs verbleibende das ist schon nice okay wir sind jetzt hier von einem free to play account da habe ich ja schon legendäre brawler gezogen mittlerweile okay sechs verbleibende wo es ein bisschen ruckelt gerade okay 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 und es ist kommen bitte ein guter brawler bitte oder bitte überhaupt ein brawler er ist jetzt ein gadget sein wird jackie okay naja 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 okay also es ist jetzt oben eingeblendet leute glaube ich ich weiß nicht wie ich es katten wird werde aber ich bin so in der vorstellung okay nächster account nächster account ist aber opening okay am opening so da bin ich mal gespannt was da drin sein wird in dieser box die schon für uns bereit bereit zur verfügung steht leute lasst auf jeden fall für diese aktion abo und like da ich glaube wenn dieses video an kommt gehe ich übermorgen weg leute aus malaka baden-württemberg hat ja noch ferien bis zum c also am 10 10 september gehen wir weg okay let's go fünf okay auf jeden fall gehen wir am 5 10 september weg ist auf jeden fall richtig nice vielleicht schon auf der aus der vergangenheit bin in stuttgart aber ich wohne 17 grad ist ja leute leute die in deutschland sind erst echt warm okay seht wir sind jetzt schon fast am landing leute und fünf okay okay leider auch nichts eben man nur jackie bis jetzt gezogen ist es also es ist nicht so gut aktuell aber dieses angebot können wir uns holen okay okay power punkte nur für block okay habe welcher account ist es mein achso egal okay okay wenn wir hier in legendären brawler drauf ziehen dann ist es wahrscheinlich sehr gut okay und u7 das wird irgendwas wenn das jetzt ein legendärer brawler wird was gadget ach come on wieso gadget leute wenn ihr noch box opening mehr sehen wollt lassen vielleicht ab oder machen box opening mehr okay 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 let's go mega box 4 was was so viel verbleibende imagine okay 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 der nächste account ist only shelly da wollte ich nur schnell mit shelly spielen habe ich noch nie gespielt ich da habe ich so viele brawler noch nie mit shelly gespielt und noch nie mit den anderen gespielt naja man kann ja leider keine accounts verlosen würde ich vielleicht machen aber es ist ja verboten deswegen war es nicht leute okay only shelly account leider hat hier nichts gegönnt okay opening adam da habe ich zwei legendäre brawler drauf wenn hier der nächste legendäre brawler sein wird dann ist krass okay wir landen gerade okay es ist so komisch irgendwie das gefühl naja okay ich hoffe wir stürzen gerade nicht ab aber das sieht mir nicht so nach landebahn aus okay okay kostenlose belohnung let's go eine mega box kommt jetzt schnell was bevor wir landen leute bevor wir landen muss hier was gutes drin sein leute irgendwas sehr gutes okay weg bei mir mit eure wings für die dies interessiert okay 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 oh wir landen gleich komm schnell auf die mega box öffnen fünf mann fünf verbleibende okay okay komm nur jackie bis jetzt gezogen am ende wird es immer krass leute am ende wird es immer krass glaubt mir okay okay wir landen kommt jetzt 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 beim landing beim touchdown muss es so richtig krass sein okay so richtig krass okay sechs verbleibende ja let's go let's go leute let's go let's go jetzt beim touchdown gleichzeitig gleichzeitig zwei verbleibende es werden zwei zwei brawler okay riko 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 und 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 oh janet okay okay sind wir gelandet ja wir sind gelandet okay alle klatschen weil ich janet gezogen habe leute ich weiß weiß nicht krass danke dafür okay okay bei mir ist ja noch die alte season wo ich das video aufnehme okay ich würde sagen leute das war es mit dem video okay leute bevor wir noch weitermachen hier ist mal locker ich habe ja noch einen account vergessen das ist der hier die muss ich nur mehr abholen okay hier noch eine mega box kostenlose mega box leute ich habe den account komplett vergessen deswegen muss den mir noch abholen nach fünf verbleibende okay leute ich würde sagen das war es mit dem video richtig richtig krass leute box opening auf mal locker ich hoffe ich hatte es trotzdem gefallen leute also box opening mehr im flugzeug falls ihr noch ein opening mehr sehen wollt lasst ein like abo da und falls ihr noch weitere ideen habt wo ich vielleicht noch ein opening machen kann dann schreibt es in die kommentare und ich würde sagen wir sehen uns bei dem nächsten video leute und ich hole mir noch die kostenlose mega box auf meinem hauptaccount ein sechs verbleibende aber da wird nichts mehr sein und bei